ob ich jetzt schon einsammeln kann aha mein baum brauchst du wohl auch nicht black bullhead catfish legt kein fisch dabei den spruch wusste ich das könnte jetzt hier trinken es scheint nicht dreckig zu sein dass um ein vormat trägt das müssen oder kann ich euch eine das einen mit ein schlauch hier nach ist mal so ein bisschen keine krieg sagt man einfach nur verpflegen fischen einfach so ein schwieriges indianer leben hier heute muss man auch mal machen noch mehr haben wir hier noch mehr fische finden ja sie ist weg geschwommen weil ich rein laufen bin ansonsten würden die lange da bleiben ist entweder keine munition mehr habe oder bis alle tot sind weiß ich darf es rein laufen wenn ich mir das ein oder andere äh mehr hier ist hier voller muss er mal drauf ziehen und triffst du sowieso weil die ganz viel gut dass die nicht weggespült werden mit dem fuß ist jeder so auf der stelle bleiben müsste ich jetzt hinterher rennen und lebt noch was ich hab nur noch 20 tagen ganz viele ich werde das mit ihr aufsammeln da ist doch bestimmt einer ein fisch dabei was ich brauche wenn ich muss leben dass ich auch mal so ein paar seltenere fische bekommen welches ich finde mal ich sammle mal die fische auf die nicht aufsammeln nichts extra oder aber habe ich jetzt zwei aufgesammelt drei mal aus einem fisch kommen drei fische rum 4 wird wird immer mehr erzählt das einfach ins inventar dazu ich glaube es zählt einfach nur ins inventar ja wie viel ich will mit haben wahrscheinlich ja ja genau okay das zählt ins inventar ein wie wir denn den braunschaut den brauchen wir auf fall unsere rezepte und im abwort und nun sagt er bräuchten dann noch das können wir uns keine ein tolles essen machen das kino zu uns kommen ja wir essen das und dann wünschen wir so irgendeinen bruch aus dem poren aus das patrischen das kann ich mir das nicht erklären jetzt funktionieren soll dass der krieger zu mir sagen oder ich interpretiere das einfach ganz falsches essen beschreibung wieder geht nicht mehr überladen ich bin von fisch überladen wo ist das andere wo sind andere kinder hin nach vorne ja guck mal hier nicht dass ich verliere ich kann gar nicht mehr so viel jagen jetzt hier ne jetzt habe ich sogar aufgesammelt ich hab noch nie ich hab das doch nie so drauf geachtet aber da sind da bild ist ja von fischen ist schon ein bisschen creepy würdet ihr sind so wenn da so fische sind in dem fuß würde ihr da reingehen ich würde nicht reingehen dann habe ich mal so betragen ne ich glaube ich 20 von 100 ok ja ich glaube das reicht mir dann ich bin auch schon froh hier hallo ich bin weg da muss da sammeln müssen wir laden jetzt habe ich einen fisch so viel so ich gehe den nächsten schwarz oder braun bär hier hinlegen und hier nicht jagen welchen brauche ich denn überhaupt nicht hier so ein ich habe das extra eingepackt für den bären das ist ein geschenk für ihn ein späckchen so wir waren die seltene fische habe ich jetzt nicht bekommen ich glaube das sind seltene fische das heißt ich müsste nämlich erst mal diese eine fähigkeit dann ausbauen fischfarm verscheuchen nein wo ist das andere hier fisch in zwei das ist ein seltener fisch war das habe ich ausgebildet das heißt es müsste ich eigentlich die seltene fische schon bekommen sonst bleibt habe ich glaube ich auch schon mal aufgesammelt aber nicht nur ein kopfdauer war es ist da was ist da ist da wo sind da leute ich habe ich mal in jahre gesehen aber die müssen hier waren es auch tieren auf geht's zum lager wir müssen die fische verstauen ja ich habe dann fisch hingelegt das adler oder das rahmen die essen ja auch fisch so wollen sich bestimmt noch mal mehr fisch hier und ist auf jeden fall gut ist einer der fisch die mussten auseinander nehmen dann hier medium haus morrow wie manchen das das habe ich nicht gegoogelt ist schon herauskommen ich weiß gar nicht ganz gekleidet werden ja medium weiss ich meine das moment die schmiedern brauchen die aber auch erst mal diese auseinandergenommenen teile haben die aber nicht nur noch ein bisschen verlesen ja Ja, da müsste ich dann auch mal gucken, wie das geht. Ich meine, für diese Fischspieße brauche ich den ganzen Fisch. Aber man kann ja auch diese anderen inventierten Fischspieße machen. Messen. Man kann es verringern. Man kann es verringern. Black, Bullhead, Catfish. Gewöhnlicher Fisch. Äußerst seltener Fisch. Rainbow Trout. Seltener Fisch. Seltener Fisch. Okay. Ich kann nicht den ja... Ach, ich muss schneiden. Ich habe es herausgefunden. Gewöhnlicher Fisch. Oh, der kann aber auch nicht. Ich mache nicht, schneide ich mal. Ah, weißes Fischspieße. Aha, okay. Und das kann ich dann noch zu diesem fermentten Fisch machen, aber nicht. Okay, das ist Red Fischspieße. Aha, aber für euch das weiße? Hier, dried Fischspieße. Oh, ich weiß. Okay. 25 Gesundheit. Und da ist Gesundheit. Hier euch die ganzen Fische und Pilze dazu. Bei zwei habe ich schon. Bei den Katzfrau, der wollte sich nicht fangen lassen. Ich gehe nochmal da hin und gucken, ne? Da habe ich vielleicht da noch Katzfrau. Fischspieße. Wenn ich hier rauskomme. Das ist ein Fischspieße. Das ist Fischspieße. Die Fischspieße. Die sind gleich. – 0,5 Sekunde Einschüchterung. Kann ich eingeschüchtert werden? Wer ist gar nicht. Ich habe da gerade Ebenenatmung gelesen. Hä? Ebenen-Tarnung. Alte Tarnung. Da sehe ich mich nicht. Das ist auch gut, ne? Holden-Trout. Uah. P. Ja. 200 Gesundheit. Rainbow-Trout. Guck mal hier, den haben wir noch ein paar Mal gefunden. Hier ist 50% Ebenen-Tarnung. Uah. Dann machen wir den Fisch gleich. Guck. 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 Was haben wir denn da noch? Stand doch eben dabei. Kann Beringert werden. Beringert werden. Medium-Row. Medium-Row. Small-Row. Wie soll ich das mit beringern? Schneiden. Ich mache das bei dem White Bass mal, ne? Ich mache das bei dem White Bass mal, ne? Kriege ich dann auch nur Weiß Fischmied. Vier mal White Fischmied und Fragezeichen, Fragezeichen, Small-Row. Ist das eine Glückssache, oder wie? Oh, ich habe viermal Small-Row. Ah. Wie habe ich das jetzt bekommen? Interessant. Ach, Fischmied. Ah ja, okay. Ich mache das mal bei der Rode rein. Cool. Wir freuen sich über ein bisschen Kaviar. So. Ja, gut. Da möchte ich das jetzt auch rauskommen. Hatte ich vielleicht sogar schon mal, ne? Weiß ich nicht mehr. Na ja, gut. Äh. Dann gucke ich noch mal. Ich bin jetzt ganz zum Fischen drin. Ich gehe noch mal inzwischen. Ich bin da schon so viel rumfliegen. So. Fisch, äh. Fisch mitnehmen, wollte ich sagen. Pferd mitnehmen. Vielleicht finden wir ja noch so ein Pferd von dem, die ich brauche. Dann kann ich mir nichts essen machen. Dann kommen halt Krieger zu mir. Wäre das alles so ein bisschen einfacher. Dann könnte ich mir ein Armee aufstellen. Dann schmeiße ich einfach hier Neuropilie aus meinem Land raus. Und dann ist Schmidt zu Ende. Dann sind wir eine Stunde durch mit dem Game. Oh, da sind schon wieder welche. Wieder mal nicht zu. Was ist der hier hin? Was ist der hier hin? Was ist mit dir? Was ist mit dir? Da sind keine mehr? Das waren die Steine, die geplätschert haben, ne? Oder waren die dem? Doch, da sind welche hier. Was ist das? So. Apropos. Ne, mit dem muss ich noch mal kurz quatschen. Das sind noch ein paar Pfeile für mich bestimmt, ne? Ne, nicht mehr so viel. Ähm. Ja, der hat auch eine Weile, bis der das nachmacht. Ich hab das im Offstream, so privat, hab ich dem ein paar Pfeile rausgenommen. Okay. Ja. 28 Schuss hab ich. Dann werden die reichen für ein paar Traut. Katzentraut. Traut. Traut. Ne, das ist doch bestimmt einer. Seh ich doch von hier, dass das ein Katzentraut war. Seht ihr jetzt jetzt nicht so gut, ne? Uah. Aber ganz viel. Ist schon ein bisschen eklig. Ist eklig. Was war denn das für ein Monster hier? Guck mal da. Was war das das? War so ein richtiger Pocko eben hier. Ich weiß auch nicht, wie so ein Kat rot aussieht. Also jetzt nicht, dass ich hier überhaupt irgendwas erkennen würde. Ich seh nur ein bisschen weiß und ein bisschen braun. Sind hier noch ein paar? Da. Guck mal, voll der Pocken, ey. Hier. Wird mal ein Regenbogen traut. Aber die brauch ich nicht. Ich brauch die anderen. Das macht schon ein bisschen Spaß, finde ich. Wie auf so einer Kirmesbude. Schießen. Schießen. Oh, er ist nicht getroffen. Der war bestimmt ein Katz-Katz. Trotz. Trotz. Der war bestimmt. Der war bestimmt ein Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Katz. So, was haben wir denn hier schönes? Braun. Straut. Rainbow. Small Maus. Was? Nein. Was ist das Barsch, ne? Einfach nur Braun. Rainbow. Hm. Ich muss hier noch zu einem anderen Fluss, wo es dann diese Katz-Katz gibt. Kann ja sein, ne? Ich sehe hier nur die braune und die Regenbogen. Ich bin übernahen. Fake. Eins, Fake. Ja. Ja gut, wenn ich mal wieder an einem Fluss vorbeikomme, ich möchte halt schon dieses Essen haben. Und die Hallöchen. Grüße. Ah, sie wird in der Stunde ein bisschen mit dem Spiel. Ja. Wenn ich jetzt ein gutes Fisch-Essen bekomme. Dann kriege ich ganz viele Trier. Dann habe ich eine Mee. Und dann schmeiße ich die alle raus. Das dauert ungefähr eine Stunde. Oh. Hische. Fünf Rainbautrauts waren da. Die sollen super selten sein. Aber diese Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Katz-Katz. Nicht mehr. Naja. Tibi, wie geht's dir? Alles klar? Ich schalte da nochmal rechtzeitig ein. Ja. Das Finale. Das Finale, was ich dann vielleicht über ein paar andere Streams noch verstehe. Sonst schon mal wo. Naja. Ich muss jetzt mal diesen Fisch finden. Ich hab ja rausgefunden, wie man fischt. Man muss geschießen. So. Dann nehmen wir das. Das Finale. So Frohno. Du bekommst noch mehr Fische. Fisch. Oh je. Okay. Ich war ja froh, du jetzt ganz viel Fisch hat, ne? Könnten wir doch eigentlich so ein paar Fisch-Essenssachen machen. Jetzt kommt der hier vor sich hin. Ähm. Das ist ja ein gewöhnlicher Fisch, obwohl ich den jetzt gar nicht so oft gefunden habe. Ich hatte den braunen. Hier, guck mal. Hier hat ich... Den würde ich jetzt aber nicht aufbrauchen. Den gewöhnlichen Fisch. Hier neun Stück. Hier würde ich so ein paar mal auseinandernehmen und dann können wir da den in Auftrag geben, dass der Fisch... Weitfisch mit draus machen sollen. Wobei die brauchen dann noch irgendwas anderes dafür, ne? Wut und Curly Dock Lief. In der Prärie. Wow. Und hier brauchen die Backbraschen. Wie ist der Witte? Könnt ihr sich einfach auf den Stock stecken und dann einfach auf dem Feuer rösten? Außen brauche ich hier heute Fisch mit. Ich weiß gar nicht, wo man das hier bekommt. Wie gibt's weißes Fisch mit? Wo gibt's denn das rote? Wahrscheinlich aus Lachs dann. Ne? Ne, dann schmeißen wir es erstmal wieder da rein. Schauen wir ja noch was anderes Zeug. Wissen habe ich jetzt erstmal genug noch, glaube ich. Da passt schon. Hier. Dürfte soll es wieder haben. Okay. Wann mach ich denn jetzt? Jetzt bin ich vom Fisch abgelenkt geworden. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ja, Fisch. Habe ich jetzt rum. So steht. Das ist der schienige Teil des Spiels. Jetzt muss ich wieder irgendwie hier Indianer ein bisschen Sachen machen, kämpfen und so. So. Jo, alles gut bei dir. Bei mir ist auch alles supi. Oh ja. Guck mal, ich bin etwas müde, etwas ungerund. Ich bin durstig. Hm. Okay. Dagegen können wir ja was tun. Gegen Essen und Durst. Äh, Hunger und Durst manchmal nicht. Denken würde ich gerade mal unten am Fuß. Dann. Ja. Ich glaube, ich muss an einem anderen Fuß, wenn ich vielleicht nicht ein Fisch bin. Wie man sehen könnte, was da drin ist, ne. Was ich jetzt aber erstmal brauche, ist mein Pferd. Und ich brauche hier Pfeile. Ist nicht fast ohne los, ne. Hm. Was war ich dann? Da gucke ich nochmal in das eine Gebiet da. Wo ich da irgendwas ausheben kann. Grenzgebietserweiterung und so. Welches eigentlich auf dem Pferd machen hier? Da was aus dem Lager rausholen. Bestimmt, ne. Ich glaube, der Spieler hat das so programmiert. Pfeile. Hier. So. Ja, ähm. Gut. Dann würde ich zurück in das Gebiet und gucken, was wir hier noch für Lager haben. Aber ich kann auch hier lang laufen. Da lang. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so zerstören können. Aber erst einmal gehe ich auf Platine. Ja. Ich glaube, der muss auch mal auf Pipi gehen. Und dann reiten wir los, ne. Bis gleich. Äh. Was ist mein Achter? Gut. Dann reiten wir los, ne. Bis gleich. Wenn ich echt diesen Fisch gerne hätte. Naja. Ich könnte bei einem Lager aufgeben. Ja. Wo ist das denn drin? Ist das ein Sancho? Ah, um Gottes Willen in den Himmel fällt uns auf den Kopf. Äh. Ist das? Ja. Das ist dann. Ne, das ist dann. Stimme. Keine Ahnung. Und das andere Zeck. Ja, hier. Oh. Das kenne ich noch nicht. Das ist ja immer noch Regenwolken. Das ist so eine. Oh, Wolken. Cool. Wir haben gar kein Staubtuch für unser Gesicht. Was ich aber eigentlich machen wollte, ist... Was ich eigentlich machen wollte, ist ja irgendjemand einen Auftrag... Jetzt weg. Klopf, was weg. Ähm. Ich wollte irgendjemanden hier, Aragon zum Beispiel, auftragen, dass er mal wieder ein paar Pfeile macht. Die gehen wir aus. Und mein Krieger ist auch nicht so schnell mit dem Nachmachen. Also wenn's taht. Du reisest. Ja. Dann alle Deutschen. Funktioniert. und Wolf-Klaue. Hier. Habt ihr? Seht ihr, haben die? Wolf-Klaue haben die auch. Jetzt braucht ihr nur noch Wut. Daran kurz liegen, ne? Doch, Wut habt ihr auch. Guck mal, dann könnt ihr das noch machen. Nicht mehr rausgehen hier. Mach mal mal 50. Ach, sieben, das fangen sich an die schon. Hier, ne? Macht mal 100. Damit seid ihr erstmal beschäftigt. Und ich hoffe, keine Patrouille schnappt euch. Jetzt müssen die mich, glaube ich, echt raus. Auch nochmal rausgehen und dann hier sammeln. Hab ich das Pippen aufgegeben? Ne. Pippen. Marsch, okay, okay. Jo. Der mir da immer vorne wegreitet, ne? Und dann reitet der mir nämlich so rein. Ja. Tielen. Oh, bueno. does das call? Ja. Passt ihr. Oh. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Waffellumfeld Aha Horn Fisch Aber nicht der Fisch, den ich brauche Waffellum, Horn Oho Eiermeld Eiermeld Und ganz unten ist die Post Mal wieder Ja, da muss ich eigentlich zurück bringen Das Lager, ne? Wir lesen erstmal den Z Fort Fetch Benjamin Keller Fort Fetch Fetch Das kenne ich nicht Ich schreibe Ihnen Namen der Bürger von Lemmestand Sie sollten wissen, dass wir sehr unzufrieden mit unserer Lebens mit unseren Lebensbedingungen sind und dass es unser heißester Wunsch ist, diesen Ort zu verlassen Wir wären dankbar, wenn Sie diese Informationen mit den umliegenden Städten teilen können Wir wissen, dass sie es auch nicht abwarten können dieses Land zu verlassen Ja, geht doch Woher warten die? Hau ab Weniger zu tun Ich will eigentlich den Typen da unten blühen, dann kannst du dich gucken Aha Oh, hätte ich fast verpasst Ja Gutes Zeug Ja, ich werde mein Pferd jetzt erstmal hier stehen lassen müssen Ich werde zwar umparken nicht direkt zu einer Straße Jetzt sehen wir ihn Oh Viel Spaß noch Wo wollen wir denn hinfahren? Was ist das nächste Lager? Wo bin ich da unten? Äh Oh Mir ist das nächste Lager Oh Aber wo mir kriegt ein Geschenk Weil Straße folgen Pardon Wir sind da irgendwie Ich muss nur durchfahren Wo ich kann durchfahren Ähm, ja, kommen wir hinterher Tschüss, Juli, viel Spaß da Ich komme dann irgendwann in dem nächsten Video und von Schock. Ich gehe auch schnell aufhören. Ah, bitte. Nicht sofort, als wenn ich es richtig war. So. Und dann kann ich den Wundern. Jetzt ist es schon wieder gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das wäre ein Schneefuchs gewesen, oder ein Iltis. So sind nur noch zwei Kilometer, wir sind fast da. Ich hätte schon wieder Hunger, ne? Ich habe gerade gefrühstückt. Ich hätte schon wieder Hunger. Du musst schneller reiten. Komm, jetzt sind drei Stück. Wir haben sie abgehängt. Hier ist jetzt der Beerenfutter. Ja. Ah, da ist er. Du blutest. Nimm doch was. Nimm das. Du bist gleich tot. Nimm was. Gib Deckung. Oh, er hat meine Schuld. Nee. Er hätte ja nicht in die Beeren rein reiten müssen. Er hätte den ja ausweich können. Nein. Scheiße. Ja, last in peace und so. Noch was tapfer. Das Pferd hält Ehrenwache und ja. Das waren halt drei Bären auf einmal, ne? Gegen die Wollschätzchen auch nicht so auf einmal kämpfen. Ich habe zwar schon gegen Bären gekämpft und zwei erfolgreich. Ich weiß ja auch Abjatan, der Bärentöter. Aber es waren halt drei auf einmal. Die Weisheit meines Indianer, äh, meines Indianer-Holpkingwissens, ne? Das hat gesagt, reite weiter. Das bringt die. Oh, zwei Klinge haben sich durch Bruno angeschlossen. Ist das schön? Haben wir da auch Platz? Ja. Was ist das? Ist das eine Quest? Ich hoffe, er ist gleich noch da. Ich bin nämlich auf dem Heimweg hierhin. Lass mich da kurz gucken gehen, ey. Jetzt habe ich das markiert. Oh, mein Schatz. Oh, mein Gott. Wie? Das war doch eben der. So, fünf und sechs. Ja. Ähm. Ähm. Einer kann nach. Zwei können nach Argon. Ne, dann müssen die direkt hier durch, ne? Die laufen direkt bestimmt genau hier durch. Das heißt, einer. Einer geht nach. Äh. Äh. So, ich muss jetzt schnell machen, damit das da... Dieses Quest-Symbol... Ich habe jetzt erstmal wieder eine Quest bekommen. Damit das Quest-Symbol da nicht weg ist. Aber ich bin jetzt halt auch direkt, ne? Da in der Nähe von dem einen. Da drehe ich jetzt nicht mehr. Mach ich das jetzt hier auch sehen, ne? Ich bin jetzt halt auch direkt, ne? Da in der Nähe von dem einen. Da drehe ich jetzt nicht mehr. Mach ich das jetzt hier auch sehen, ne? Da in der Nähe von dem einen.